Die letzte Folge war wunderbar und wundervoll, weil wir dort ein drittes Wunder erschaffen hatten, die Universität von Oxford. Jetzt steht das nächste Wunder bevor. Das geht ja im Takt, in ganz schnellem Takt. Wunder um Wunder. Hier in Tokio, das Arsenal von Venedig, da schon seit einer gefühlten Ewigkeit gebaut wird, seit der Folge Nummer 1, glaube ich, oder was, die zweite auf jeden Fall Ewigkeiten. Und jetzt sind wir in der Folge 33 angekommen. Willkommen, willkommen, willkommen beim Let's Play mit Japan auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Das mittlerweile nach einer schwierigen Anfangsphase, wo wir hart gepokert haben, doch ganz gut läuft, macht Spaß, ist ein ruhiges Bilder-Let's Play, wo man einfach Micromanagement betreibt und schöne Landschaften, schöne Städte erschafft, ein bisschen rumdoktert und plant und tüftelt und keine Kriege hat, keine Kämpfe, sondern so ein bisschen gemütlich und trotzdem das Gehirn strapazierend vor sich hinspielt. Macht mir persönlich Spaß, ist mal was anderes als das blutrünstige, actiongeladene, unter Adrenalin triefende Let's Play mit Alexander. Das, was letztes zu sechs Let's Play war, das wir hatten. Eine Runde weiter? Nein, noch nicht. Erst müssen wir noch ein wenig handeln, das hatten wir in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir unseren T-Zweiherrschern andrehen müssen, und zwar Jaja Warman, dem siebenten, ich weiß nicht, ob er mittlerweile Kinder hat, vielleicht schon den achten, oder vielleicht hat er Enkel und Jaja Warman der neunte, ist er auch schon, liegt er auch schon in der Wiege, ich weiß es nicht, keine Ahnung, bin da überfragt, habe ja noch keinen Spion ausgeschickt, der mir über solchen Hofklatsch und Tratsche berichten könnte. T-Export ist ausgelaufen, wie sieht's aus? Was würdet ihr mir dafür geben? Ja, 20 für 30 und 7, alles bestens, prima, danke, treuer Freund. Ja, gut für die Khmer, und was gut für die Khmer ist, ist auch gut für die Japaner. Wir machen das nicht so wie Trump, von wegen America first, wir machen Handelsabkommen mit allem und jedem und schielen nicht auf den eigenen Vorteil. Nein, überhaupt nicht. Nein, man kann auch, wie er merkt, durchaus erfolgreich spielen, wer mit Gott und der Welt Handel treibt und keine Zoll hat. Nächster Schritt ist dann noch mit der Blumenkönigin zu sprechen, mit Gitaria, und wollen auch mit ihr mal ein Abkommen aushandeln. Auch hier T, wie sieht's aus, was würdet ihr mir geben? 12 für 30, also dein Khmer-Kollege, der war ein bisschen großzügiger. Sie schaut huldvoller, aber ist nicht ganz so spendabel. Naja, ich will jetzt mal nicht rummäkeln. Ja, gut, einfach nur gut, stellt sie fest und bedankt sich, denn gnädige Nicken ihres Kopfes. Das war's und wieder raus. Jetzt aber eine Runde weiter. Krieg herrscht irgendwo weit weg von uns, zwischen den Chinesen und den Mongolen, das ist unser Allianzpaar. Ach ja, haben wir noch immer die Militärallianz mit ihm, oder ist die ausgelaufen? Ich weiß es gar nicht. Er will, ja, Eisen ist in dieser Spielphase nicht mehr wertvoll. Das können wir ihm gerne geben, nur Baumwolle verhökert er uns schon. Das läuft aber demnächst aus. Das müsste in sieben, sechs oder sieben Runden auslaufen. Und auch Zucker müsste in sechs oder sieben Runden auslaufen. Das heißt, wir bekommen beide, ohne Gold ihm geben zu müssen, im Austausch gegen Eisenvorkommen, die wir in rauen Mengen haben. Ähm, das ist d'accord. Da gehe ich sofort d'accord, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Danke, danke für diese Idee. Ja, habt ihr auch vielen Dank, werte Allianzpartner. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir mit ihm die Allianz noch haben. Wir haben doch ein göttliches Vorbild. Das ist der einige Bulle. Wir können ihn nur nicht preisen und anbeten, weil das im Industriezeitalter, wenn man dann erst in die Welt tritt, nicht möglich ist. Es tut mir herzlich leid. Ich hätte es gerne anders gemacht und gelöst. Haben wir immer noch die Allianz mit dir? Da weht noch eine hellblaue Fahne. Insofern ja, müsste so sein. Wie lange läuft sie noch? In noch zwei Runden. Dann geht es jetzt weiter mit Barbarenblut. Universität abgeschlossen. Sehr schön. Und was machen wir hier als nächstes? Wohnraum brauchen wir nicht. Handwerker kriegen wir... 10, 7 ist nicht so viel. Handwerker kriegen wir nicht mehr rechtzeitig fertig. In fünf Runden ist Politikkartenwechsel. Der Handwerker müsste also... Nein, das ist so schnell sinnfertigt. In Händler können wir hier einstellen. Und das machen wir auch. In Kim. Ein Händler fertig. Das ist gut. Was sehr schnell hier ginge, wäre ein Campus. Hier oben gebaut. Dazu neben. Dann gibt es auch gleich noch eine Bibliothek gratis. Ja, das waren schon alle Bauentscheidungen. Okay, dann gehen wir hier mal weiter vor. Der hat hier anscheinend ein Jagdlager errichtet. Plus 14,2 Produktion ist okay mit 37,8, aber nicht überragend. Aber da kann man mit leben. Ich möchte im Augenblick gar nicht unbedingt roden, weil die Handwerker sind so teuer, wenn man die baut. Schaut mal, wenn wir den hier neu bauen würden. Acht Runden. Das ist also für der Produktion ein guter Mittelwert hier 37,8. Und wenn man irgendwo rodet und dann ist jetzt die Produktion erstmal weg. Klar, bei der Mine wäre es eine klare Geschichte. Bei der Mine könnten wir roden. Wir könnten mit ihm hier hingehen, hier hin. Und das hier entfernen und einfach das können wir machen. Auch unabhängig davon, dass hier... Na okay, es sind ziemlich viele Wälder. Wir könnten irgendwann auch den Gouverneur hier hinschicken. Dann könnte er hier die drei hier roden. Mh, das könnten wir machen. Und bis dahin uns auf Minen konzentrieren. Und hier unten auf Bauernhöfe. Ein paar Bauernhöfe nebeneinander. Das wäre doch nicht schlecht. Ein Bauernhof hier unten. Ein Bauernhof hier daneben. Wir sind hier eigentlich schon so weit. Ich habe das gar nicht genau im Kopf, dass man zwei oder drei Bauernhöfe nebeneinander braucht für plus eins. Hier links haben wir drei Nahrung. Wir setzen mal einen daneben. Und jetzt geben die vier. Ja, es reichen schon zweier Paare mittlerweile aus. Dann lassen wir die hier am Rand, nämlich am Fluss für Wälder. Werden beide nicht genutzt. Finde ich eigentlich schade, weil... Stellen wir beide ein. Nächster Burger in sechs Runden. Machen wir. Wohnraum ist doch genug hier. Und hier wollten wir roden, trotz fehlenden Gouverneurs, um das Ruhrgebiet fertigzustellen. Und hier kann man dann eine Mine hinsetzen. Das machen wir auch. Der hat, glaube ich, noch drei Aktionen. Ja, einmal Mine, einmal Rüber und so weiter. Ja, alles gut. Mit dem Kollegen geht sie Richtung Osten. Das machen wir hier auch. Wem gehört das Feld? Fünf Runden ist das Ruhrgebiet fertig. So ist es gut. Den Regenwald hier sollten wir eigentlich entfernen können. Aber holla. Aber da kommt später Gouverneur Magnus hin. Ist egal, machen wir trotzdem. Dann bekommen wir ja noch einen Burger drauf. Durch die Nahrung, die wir dann ernten. Und hier erwarten wir noch drei Runden. Also eine Runde aussetzen. Eine Runde aussetzen. Ist nicht so super perfekt, aber immerhin. Und hier wollten wir jetzt ein Sägewerk hinsetzen. Hier wollten wir ein Sägewerk hinsetzen. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Oh, super. Das ist ja echt cool. Klasse. Hier wollten wir einmal Roden für den Big Ben. Ah, das hat gar nicht so viel gebracht. Das sieht man mal, wie teuer. Der ist 25 Runden. Wow. Kim, ein Handelsweg fertig. Der ging wohin, der Alte? Oh, nee. Es ist ein Händler, der neu entstanden ist. Wir brauchen ja vermutlich mal Produktion. Nahrung plus 20,7. Wohnraum hat er in rauen Mengen. Kim ist die schwächste Stadt, aber wir nehmen sie mal mit. Jeder Bürger zählt bei uns. Auch der, der in Kim lebt. Und vielleicht auch Kim heißt. Vielleicht ist der örtliche... Gibt es ja irgendwie einen Dorftrottel, der die anderen Bewohner hier in Kim terrorisiert. Und sie zwingt auch, den Namen Kim zu tragen. Wer weiß. Sein bester Freund. Sein Brieffreund in Übersee heißt übrigens Donald. Die beiden schreiben sich immer Fanbriefe gegenseitig. Habe ich gerüchteweise gehört, ob das stimmt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und 20,7 Produktion bei 17,8 ist echt duftig. Was kann man denn hier machen? Wir satieren mal nach Produktion. Da kann man einiges machen. Das sind alles Interessantes. Ich zeige mal die an, wo demnächst ein Bezirk fertiggestellt wird. Ich gehe mal alle einmal durch, weil das würde bedeuten, dass das demnächst noch produktiver ist. Aber das ist nirgendwo der Fall hier. Dann nehmen wir einen, der glatt aufgeht. Dann schicken wir den hier nach Rauchende Schlote übers Land. Vielleicht gibt es ja auch das Welthunderpunkte für den Handel. Ich glaube aber nicht. So, und hier hatten wir ja was vor. Wir hatten einen Anschlag vor auf die Barbaren, die hier kampierten. Das heißt, wir ziehen erst mal mit dem Panzerschiff vor und gehen mal gucken. Der kann hier nicht reinfahren. Das Panzerschiff nicht, aber der Späher kann da gleich rauf rennen. Eine Runde weiter. Ja, alles gut. Wir sparen ein bisschen Gold für den Big Ben. Mal gucken, ob wir zwischendurch was ausgeben. Zumindest wollen wir vielleicht nachher unsere Reiter in Kabbalisten noch umsetzen und umwandeln. Alles klar dort oben? Ich denke, ja. Habe ich irgendeinen Handel vergessen? Nein. Eine Runde weiter. Ein Bauernhof, zwei nebeneinander. Wird das auch genutzt von den Bürgern in Bauernspeck? 17,9 werden beide benutzt. Klasse. 386 Goldüberschuss mittlerweile. Runde für Runde in Sturmhügel. Handwerker abgeschlossen. So ist es gut. Uni könnten wir nachschieben. Könnten auch einen weiteren Bezirk bauen. Wohnraumprobleme langsam da. Entschuldigt bitte. Wir könnten einen Siedler fertigstellen. Das können wir immer machen. Da sind die Wohnraumprobleme weg. Und wir haben einen Siedler für, was weiß ich, vielleicht entdecken wir irgendwie in Australien irgendwas Cooles. Ach, ich glaube, ich mache das mal. Dann fahre ich mit dem runter zu den Schiffchen. Vielleicht entdecken die ja irgendwas Spektakuläres. Handwerker fertig in Canton. Wohnraum hier okay. Hafen hier bauen. Ja, könnte man machen. Handwerker wird nicht rechtzeitig fertig. Händler geht nicht. Ei. 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 Wo würden wir denn wirklich satt abräumen im Industriegebiet? Also sicher nicht, indem wir eine Mine kaputt... Ach, hier in die Mitte. Schaut mal. Hier kann man ein Industriegebiet hinsetzen. Und die profitieren von den Minen von der Stadt selber. Aha. Interessant. Plus vier. Das ist... Ach so, weil hier auch eine Mine ist. Cool. Und dann hier vielleicht ein anderer Bezirk, die dann sich auch gegenseitig boosten. Wir könnten auch hier... Ach so, hier würde er hinsetzen. Dann würde die beiden hier noch provozieren und produzieren. Können wir hier vielleicht das auch nutzen? Können wir das hier noch in den Bezirk hinstellen? Das geht im Augenblick nicht. Uns fehlt Bevölkerung von zehn. Das dauert ja nicht mehr lange. Haben wir hier schon ein Industriegebiet? Nein. Das ist doch perfekt. Wenn wir hier eins hinstellen, würden die sich gegenseitig boosten. Der hier wird von denen... Ja, das machen wir doch. Wir machen hier auf jeden Fall einen Bezirk von bissigen Bullen. Und... Ja, einen hier rechts daneben. Hoppla. Ach so, von den Annehmlichkeiten hier unten würden sehr viele produzieren. Deshalb hatten wir das ja hier eingestellt. Wir wollten ja Geld sparen. Acht Industriegebiet kann man immer machen. Dann haben wir automatisch vier mehr. Das sind über... Das sind so um über einen Daumen 12% mehr Produktion. Das machen wir, Leute. Und das ist auch deshalb alles, finde ich, gar nicht so doof, weil wir im Augenblick ja... Weil die Campus oder Campus ist ja, glaube ich, der Plural massiv, massiv profitieren von Nachbarschaftsmoni bei uns. Weil wir das gleich zweimal boosten durch eine Widmung im Zeitalter als auch durch eine Politikkarte. Das hatten wir ja hier vor. Wir wollten ja eine Mine... Waldpflanzen, da kann man direkt eine Mine hinsetzen. Wird der wirklich von... Die Mine wirklich von Fu aus genutzt? Und hier unten setzt hier auch einen drauf. Ja, nochmal roden brauchen wir gar nicht. Das war anstrengend. Alles gut. Alles bestens. Hier wollten wir Produktion und Nahrung entfernen in Conn. 14 Bürger im Augenblick. Mal gucken, was passiert. Immer noch 14. Okay. Hier warten wir noch, bis Magnus... ...wirklich angekommen ist und sich richtig wohl fühlt. Das gilt auch für den Handwerker-Trop hier. Hier unten... Da muss auf jeden Fall noch eins gebaut werden. Genau, ja. Der hat nur eine Aktion, der kann dort ein Sägewerk errichten. Der hat noch deren zwei. Ja, mit Produktion ist schwierig. Minen kann man keiner weiteren bauen. Wir könnten... Ja, die Bäcker sind doch alle schon gut untergebracht hier am Augenblick. Was wir machen könnten wäre natürlich... Also weitere Bauernhöfe bauen ist Quark im Moment. Wir könnten jenseits der Flüsse Wälder hinsetzen und dann Sägewerke drauf. Hier oben kann man noch einmal roden. Das lasse ich im Augenblick bleiben. Das muss aber alles nicht zwingend sein. Zwei Aktionen hat der Kollege noch, was wir auch machen könnten. Mit eben schon mal runter nach Hakodata. Denn hier müssen wir einiges anschließen und machen. Soll wir das mal machen. Kanton. Handwerker. Wo kann man hier mehr Produktion erzeugen? Eigentlich nur durch... Ja, Industriegebiet hier, klar. Wird jetzt gebaut. Ob wir hier jemals einen Wald mit einem Sägewerk hinsetzen? Da schreit geradezu danach, dass hier mal ein Bezirk irgendwann entstehen wird. Da oben kann man irgendwann mal roden. Also ich glaube, dass wir die überzähligen Bürger hier irgendwann ins Industriegebiet reinschicken. Ich glaube, das ist hier eher ein Fall für Sturmhügel, oder? Oh, da ist sie mittlerweile auch ein Handwerker. Sturmhügel hat Wohnprobleme, Wohnraumprobleme und damit ist die Sache ja schon mal klar. Dass wir nämlich den Kollegen schon mal hier rüber schicken. Der erstellt Fischerboote. Und den lassen wir das auch mal machen. Der rennt hier auch mal rüber, bitte. Und hilft dem. Kanton hat eigentlich keine Wohnraumprobleme. Das ist im Augenblick irgendwie Verschwendung. Wir können natürlich das Fischvorkommen hier anschließen. Aber wozu braucht er den ganzen Wohnraum hier im Augenblick? Das wird eher was bringen. Das wird sehr viel Gold bringen. Gehen wir hier rüber. Ja, ähnliche Probleme. Die beiden boosten sich. Das reicht eigentlich schon. Wir könnten hier noch einen Bauernhof hinsetzen für büssigen Bullen. Hier einen daneben. Das könnten wir machen. Da bin ich mir schon nicht hundertprozentig sicher, ob das klug war. So, und hier können wir jetzt tatsächlich damit beginnen, Sägewerke zu bauen. Weil Bauernspeck hat ein Produktionsproblem immer schon gehabt. Wohnraumproblem nicht. Und das sind hier schöne Plätze. Oh lala, das wäre auch ein sehr schöner Platz hier. Für einen weiteren Bezirk. Wir fangen mal hier an. Wir gehen mal hier rüber. Hat noch drei Aktionen. Wir setzen hier einen Wald hin. Da oben kommt eine Mine hin. So, und jetzt können wir feuern. Mit ihm können wir gar nicht feuern. Und mit dem Unterseeboot noch nicht. Das heißt, wir warten nochmal ab. Hier wird einfach nur eine Runde ausgesetzt. Hier ebenfalls. Nochmal eine Runde weiter. Bald läuft die Allianz mit Gandhi aus. Da müssen wir uns drum kümmern. Die Artenkammer der Republik Venedig trägt die Inschrift, glücklich ist die Stadt, die in Zeiten des Friedens an Krieg denkt. Ein Traum. Ein wunderschöner Traum. Diesen Traum würde ich gerne ein zweites Mal träumen. Wunderschöner Traum. Wunderschön. Klasse. Ab jetzt. Jedes Schiff, das wir bauen, bekommt ein Zwilling. Spendiert. Der entsteht wie durch Geisterhand. An selber Stelle. Kyoto Handwerker abgeschlossen. Das war unser, wie vieltes? Unser fünftes Weltwunder. Ne, unser viertes. Was noch fehlt, ist das fünfte, das im Bau ist. Das ist das Ruhrgebiet. Handwerker fertig. Auf Spione verzichten wir im Augenblick. Noch kein Problem. Kyoto ist nicht sehr produktionsstark. Das ist ein bisschen blöd. Wir haben hier kaum Platz. Seehafen. Wird mehr Nahrung bringen. Und mehr Gold. Das macht schon Sinn. Wir haben auch demnächst... Wir haben kaum Probleme. Ich wüsste gar nicht, wo ich ein Wohnviertel hinsetzen sollte. Das heißt, das ist eine der wenigen Stellen, wo eine Kanalisation sogar sinnvoller wäre. Aber das dauert noch was. 15 von 18 ab 17 Bürgern. Bräuchten wir die Kanalisation. Das dauert noch ein Weilchen. Nahrungsüberschuss 22,7. Seehafen dauert unfassbar lange. Bringt plus zwei Gold auf allen Küstengeländefeldern. Das wäre verdammt viel. Könnten wir machen. Ich wüsste nicht, wo wir die Landbezirke hier platzieren sollten. Damit würden wir nur... Klar, wir können hier ein Reißvorkommen kaputt machen. Das können wir machen. Das hier. Dann würden die sich gegenseitig boosten. Aber welcher Bezirk profitiert da so massiv von? Welchen brauchen wir zwingend? Ein Industriegebiet? Hier hingesetzt. Plus zwei Produktion. Hauptsächlich nicht vom Hocker. Wenn wir das hier, das Industriegebiet von der Nachbarstadt, das bringt uns den Fabrikbonus hier hinten. Da ist Platz frei. Da könnten wir ein Wohnviertel später hinstellen. Und das ginge auch schnell. Aber Wohnviertel wäre eher sinnvoll für Tokio, weil das ist die Stadt, die uns mehr bringt. Ah, ist außerhalb. Da kommen wir nicht hin. Hier wird sowieso nichts produziert. Dann nehmen wir entweder das Kraftwerk mit für beide Städte. 18 Runden. Oder drei Runden nur. Wohnviertel hier unten hin. Sechs. Das machen wir. Dann können wir hier ein Wohnviertel, ein Fünferwohnviertel daneben setzen. Geht schön schnell. Dann haben wir das Thema vom Hals. Unterhaltungskomplex haben wir in beiden Städten nicht. Oder doch? Haben wir hier ein Unterhaltungskomplex? Nein, nicht. Wir haben ja den Wasserpark. Die schließen sich gegenseitig aus. Das heißt, hier, wo wir keinen Wasserpark haben, könnten wir ein Unterhaltungskomplex platzieren. Dahinter. Und wenn wir... Das könnten wir machen. Brauchen wir aber auch nicht zwingend. Wir machen das mit dem Wohnviertel. Das ist eine preiswerte, schnelle Möglichkeit. Setzen wir hier hin. Handwerker abgeschlossen. In grün Gras. Campus. Oh, ist noch gar nicht zu Ende. Gebaute Sachen gibt es. Brauchen auch Wohnviertel, aber das ziehen wir erstmal durch. Daut auch nur drei Runden. Produktion in Con. Handwerker fertig. Eine der letzten, die wir bauen. Nächster Schritt. Wohnviertel. Da haben wir gleich zwei eingezeichnet. Ich glaube, hier kommt das von Con hin und da kommt das von Fu hin. Hier unten. Das hier und in Fu. Warum geht das da nicht? Weil die Stadt wahrscheinlich den Kollegen gehört. Jetzt nicht mehr. Ja, dann stellen wir das da schon mal ein. Ziehen vorher natürlich das Ruhrgebiet durch. Das Wohnviertel hier. Da stellen wir hier unten in nur vier. Das ist wenig. Aber wir haben kaum attraktive Alternativen. Und immerhin wird dadurch hier der Bezirk geboostet, der daneben steht. Und wir boosten den, die Nachbarn noch mit. Naja, ist doch egal. Sind wir noch mal ein bisschen großzügig gegenüber den Khmeren. Das Industriegebiet hier nie wird von den beiden. Ja, bekommt auch einen Nachbarschaftsbonus, glaube ich, dazu. Oder? Profitieren die Industriegebiete von benachbarten Bezirken? Ja, eine Produktion für jeden zweiten Bezirk. Das heißt, das Industriegebiet der Khmer, das drei Nachbarbezirke hat, bekommt durch den vierten. Unsere zählen, glaube ich, auch mit. Müsste mich schwer irren, wenn nicht. Stimmt das? Schreibt doch mal in den Kommentar. Habe ich recht? Ich glaube ja, Fremdbezirke zählen, glaube ich, noch. Das heißt, wir schenken den Khmeren jetzt einen einzelnen Produktionspunkt. Runde für Runde sind wir nicht spendabel. Ich finde, wir sind Gutmenschen. Oder Gutbürger. Oder was auch immer. Ja, ich hoffe, ihr habt eure Vergnügen. Vier Weltwunder sind fertig. Das fünfte kommt in Bälde. Ich tippe darauf, nächste Folge schon.